Heyo Freunde, ich bin's Lamy. Herzlich Willkommen zu einem neuen Bau-Battle-Video. Mit dabei ist wieder die Emily. Hallo. Und ja, wie ihr schon hören konntet, wir spielen heute wieder mal ein Bau-Battle, da wir letztes Mal auf dem Server gespielt haben und Emily meinte, sie musste cheaten. Das ist natürlich nicht wahr. Doch. Und wir machen diesmal ein 1 gegen 1 Bau-Battle. Und zwar bauen wir eine Wasserrutsche in 5 Sekunden, dann in 1 Minute und dann in 5 Minuten. Aber du kannst erst mal auf deiner Seite drüber gehen. Dankeschön. Tschüss. Und warte, ich hol mal die Blöcke raus. Welche Blöcke nimmst du? Wolle und Quarzblöcke, glaube ich. Hey. Bist du bereit? Nein, chill mal. Hallo, lass uns bauen. Du darfst doch nicht bauen. Ich schiede nicht. Ich will wieder schummeln, ja, ja. Das stimmt gar nicht. Ich musste mir Zeit verschaffen. Mach die Tür zu, du willst nur schummeln. Okay. Ja, dann los. Los. Warte. Ja, um. Hä? Hallo, du darfst nicht mehr bauen. Du darfst nicht mehr bauen. Warte kurz, das kann doch nicht sein. Nein, nein. Okay, warte, das ist deine. Wiese Sekunden. Ja, wow. Du hast wieder geschummelt. Ich wollte noch richtig schön, guck mal, hier so. Ja, so ist das Spiel. Du hast 5 Sekunden. Nee, zeig mal, was du hast. Ja, ich würde sagen, erst runde an dich. Jetzt haben wir eine Minute Zeit, ja? Ja. Noch nicht bauen. Nein. Erst, wenn ich los sage, ja? Ja, du auch. Ja, ich muss ja den Timer setzen. So. Okay, warte. Eine Minute geht los ab jetzt, okay? Ja. Okay, okay, okay. So, ich mach das mal so. Okay, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Brauchst du nach Planen oder irgendwas einfach? Ich baue erst mal drauf los, ich guck mal, was ich mache jetzt. So. Oh, ich glaub, das wird aber nicht so cool. Ich kann halt gerade gar nicht einschätzen, wie lange eine Minute ist. Kannst du mir mal sagen, wie viel Zeit wir noch haben? Wir haben... Sag, es sind nicht 30 Sekunden. Keine Ahnung, nee, noch ein bisschen mehr. Okay. Wie mach ich das jetzt? So. Zack. So. Zack. Mann, ich weiß nicht, ob das klappt. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Okay, passt. So, so. Anders, wie lange noch? Wir haben 10 Sekunden Zeit. Okay. Passt bei mir. So, ich muss noch die Leiter bauen. Und die Zeit ist um. Ist um. Hab alles, hab alles, ja. Okay. Wir gehen zuerst zu dir. Okay. Okay, ich komm rüber. Ich hab... Ich muss rüberfliegen. So. Ja, ich bin da. Ich muss da rüberfliegen. Ich habe jetzt das, was ich da machen wollte, in Wirklichkeit umgesetzt. Also... Ja, ist... Ist okay. Ist okay? Ist okay. Wenn du ist okay sagst, dann will ich dein 10. Ja, okay. Aber wir müssen rüberfliegen. Oh, okay. Ich hab schon gesehen. Okay, so. Also, ich find's von den Farben besser. Eins war ja nur einfarbig. Okay. Hier muss man springen. Find ich ein bisschen blöd. Hä? Nee. Macht jetzt nicht so Spaß. Ja. Also, ich muss sagen, ich find meins besser. Ja, wir müssen ja die Zuschauer entscheiden am Ende. Okay. Also, wie gesagt, am Ende müsst ihr entscheiden, was ihr besser fandet. Also, schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Emilies gebautes besser fandet oder meins. Stimmt einfach mal ab in den Kommentaren. Und jetzt rüber mit dir. Ja. Ich muss die Tür so verpacken. Egal. Okay. Wir haben jetzt 5 Minuten Zeit. Okay. Ich glaub, das ist... Ich hab noch gar keinen Plan. Gut, dann würde ich sagen, 5 Minuten starten. 3, 2, 1, los. Ja. Machst du auch Deko? Ja, so ein bisschen halt. Okay. Oh. Okay, doch. So, warte mal. Boah, ich muss mich ja voll konzentrieren, ne? Ich kann ja gar nicht hier reden. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Also, ich baue gerade einfach drauf los. Ich glaube, das ist irgendwie blöd, was ich hier gerade mache. Wo bist du gerade? Oh, ich baue gerade die Treppe nach oben. Oh, da hab ich noch gar nicht mit angefangen. Okay, so. Ja, ich glaube, meins wird eigentlich ganz okay sein. Oh, ich hab was vergessen. Oh, nein. Ähm. So. Okay, wie sieht's bei dir aus? Noch nicht gut. Also... Nicht gut? Gar nicht gut, eigentlich. Ja, okay. Wir haben aber noch 20 Sekunden. Nein. Das kann nicht sein. Nein, ich hab gar keine Idee, ist das Problem gerade. Ich glaub... Oh. Ja, ich weiß aber auch gerade nicht, wie genau ich meine Rutsche bauen soll. Ich hätte das mit der Leiter machen sollen. Was denn? Also, dass man so nach oben klettern muss. Ach so. Ich hab so eine Treppe gebaut. Oh, damit verbrauchst du aber sehr viel Platz. Ja, das fällt mir gerade auch auf. Aber meine Rutsche wird noch größer. Ja. Also mach ich das nochmal mit der Leiter. So. Okay. Okay. Ja, ich könnte mir meine Rutsche eigentlich ganz gut vorstellen. Also, meins muss ich ehrlich sagen, ist sehr unkreativ. Okay, warte. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Zack. Okay. Ja, ich hab, glaub ich, ne gute Idee. Am liebsten würde ich das alles wieder abbauen, weil das eine sehr unkluge Idee war. Wie viel Zeit haben wir noch? Äh, wir haben noch ein bisschen über zwei Minuten Zeit. Okay. So, wie mach ich das jetzt? Okay. Okay, ich glaube... Ah, ich weiß halt nicht, wie das... Ich glaube... Ja? Bei dir wird's besser. Ich... Ich bin so einfallslos, ja. Das ist, ähm... Nicht gut. Äh, Mann. Ich bin grad... Ich hab grad auch gar keine Idee, wie ich die, äh, Rutsche machen soll. Aber ich glaub, das wird schon passen. Das wird schon passen. So, wie viel Zeit noch? So. Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Gott. Okay. Ja, das passt doch eigentlich. Ja, du weißt doch nicht, wo ich bin jetzt grad. Ja. Ja, musst dich schon beeilen, ne? So geht das Spiel. Ja, ich beeile dich. Äh, ähm... Okay, meins sieht eigentlich ganz okay aus. Oder? Sieht meins okay aus? Das kann ich... Ja, eigentlich schon. ...noch nicht sagen. Ich glaub, ich hab sogar noch viel mehr Zeit, als ich gebraucht habe. So. Jetzt noch Wasser einfüllen. So. Okay. Okay. Bist du schon fertig? Mit der ersten Rutsche eigentlich schon. Wie mit der ersten Rutsche? Was soll das denn heißen? Ja, so... Ich hab zu viel Zeit. Wie du hast zu viel Zeit? Boah, das ist voll gut. Das ist voll gut. Das glaub ich nicht. Das ist... Alter, das ist sogar echt voll die geile Rutsche, muss ich sagen. Oh nein. So. Ja, ich glaub, ich mach hier direkt den Eingang zu der nächsten Rutsche. Ups. Was kommen wir da hin? Ich glaub, ich weiß, was du ungefähr machst. Ja, so ein klein Aquapark. Ja. Ist ja irgendwie schon gut. Großes Problem, weil... Weil? Meins ist sehr schlecht dagegen. So. Ich hab ne Idee. Ich baue hier einfach noch rum. Dann kann man hier noch irgendwie ein bisschen rumschwimmen oder... So. Was weiß ich, was wir da machen wollen. Eigentlich hätte ich hier irgendwie weiterbauen können. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch eine Minute Zeit. Eine Minute? Ja. Okay. Meins ist jetzt... Nicht der Brüller. Kann ich noch irgendwas hier besser machen? Boah. Okay, jetzt kommt noch ein bisschen Deko hin. Mmh. Boah, ich find meins, glaub ich, gleich echt gut. Oh nein. Das kann ich noch dahin tun. Das ist eine sehr gute Idee. So. Ein bisschen Deko. So. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Zack. Okay. Ja, meins wird nicht mehr gut. Ich hab was vergessen. Nein, ich hab was vergessen. Ich hab einfach die Leitern vergessen. Oh. Ich hab die jetzt noch ganz schnell dran gemacht. Zeit ist rum. Ich komm jetzt zuerst zu dir. Ja, okay. Brauchst du jetzt noch nicht die Tür kaputt zu machen. Okay, ich zeig dir hier, ja? Oh Gott. Also hier ist Eingang zur ersten Rutsche. Oh, das ist cool. Ja, ne? Das ist cool. Okay, so. Okay, so. Ja. Ähm. Ja. Eingang zur ersten Rutsche. Also zu beiden Rutschen. Ja. Hier geht man so hoch. Ja. Dann mit der Leiter noch höher. Dann hat man erstmal diese Rutsche, wo man so runterfällt. Also das find ich eigentlich schon cool. Ja, ist cool. Und dann hier einfach noch eine andere Rutsche, die auch mega cool ist. Ich muss sagen, das ist echt gut. Die Ideen sind gut. Ja, okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir mal zu meiner, ne? Okay. So. Du hast auch viel Deko gemacht, ne? Hier einmal hoch. Und das ist doch... Ja, hättest du schon mit anderen Farben arbeiten können, ne? Ich hatte gar keine Idee. Aber hier sind Bänke. Dann sind hier so Kühltaschen. Und guck mal. Hier kann man einmal rumschwimmen. Wow. Das ist ja mega gut. Ja, okay. Aber ist nicht schlecht. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber Freunde, ich würde sagen, ihr entscheidet ja. Also schreibt eure Meinung in die Kommentare rein. Und dann sehen wir ja, was ihr besser fandet. Und stimmt für mich. Ja, genau. Nee. Gucken wir uns wieder, wie sie cheatet, ne? Ja, ist so klar. Okay. Okay, ich würde sagen, falls ihr mehr von solchen Folgen sehen wollt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und? Die Glocke zu aktivieren. Richtig. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einem neuen Video wieder. Bis dahin. Und tschüss. 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 Tschüss.